Als Naja geht der vom Server und irgendwie so ein Gast kriegt irgendwas Server ohnehin Wie so ne Verlosung Am schlimmsten wäre es auch wenn BadDog kommen würde Vantox und Lara Beide Vantox und Lara Die haben Triple Object oder? Ja Nevermind Ja Ich hab nichts gesagt Bei den auch so um zwei Der Amor Let's play Nemo Ah Bitte Gott Ciao Einer push Ah Irgendwas Weken mit Ja mit Zwei Zwei mit Komm über links Komm über links Ah 2 einer links Endsep Endsep bisschen mit Pick nichts Zep pusht dich Zep pusht Endsep Nice 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 Good job Wern Meckens kann noch mit Rampall mit Jumper down Nice Close Armour Wurste schon gleich rein Ah Ride to way Nika Stimmt nur einer right Zwei left Zwei left Zwei left Zwei left Zwei left Egal was Egal was Jungs 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 Ends Auch Oder Zwei Na Zwei 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 O-Zwei O-Zwei Säfer Zwei Zwei I-Z multiplied Zwei Hinter uns, hinter uns, hinter uns, Schott. Ich bombe raus einfach, dass ihr ein bisschen rauskommt. Versuch mit den Bomben zu mögen. Schottet. Zweite. Lauf mir hinterher, lauf mir hinterher. Spür's hinter euch, links. Folg mir einfach. Nicht deiner Ernst. Nicht deiner Ernst. Schön gemacht. Get Rainmaker. Get Rainmaker. Mom, can we have Battle Royale? But we have Battle Royale at home. Battle Royale at home, Rainmaker. Ey, mein Inget war echt geil, hast du das gesehen? Ich bin nicht fettarm, aber ich hab einen fettarm. Natürlich, aber auch. Richtig traurig. Bei den Armwand, es gab ja noch ein Armwand dazu. Ich hab angegeben, dass es bitte L-M oder L soll. Die wird gemächtig. Oh, wie geil. Ich kann mir das einmal ein bisschen über die Oberarm, über den Oberarm hochmachen. Ich würde sagen, so ein Lauf wie du bist. Ich würde sagen, so ein Lauf wie du bist. Irgendwas geht für den Bucke. Tertruss, Tertruss an Bucke. Tertruss dein Bucke. Über euch. Ui. Arm auch nicht, hat mich. Fettgamer. katerstrund ab und heimsaun. Seppdown, und jetzt ist unser Vonstor immer noch. trusts Weiter. geht zurück Nice Unser Versaun ist noch was Backup Post Hawaii Bomb noch Sternezaun Post Sternezaun Hab einen Jar Jar auf der Banker 4 dead Jar Jar und Bomb noch Du liest da Der Rest ist spawn Einer ist Top Left Jar Jar ist Top Left Mach Back Noch einer Top Left Und das ist nicht Jar Jar Wir haben Armor Das hat's auch nicht Ich hab raus Ach nur das ist ein Einland Street Hat nicht gleich abgenommen Das war eine Weise Todesweg Auf der Einer noch in Saison Zwei auf Brett Eines gedrobt Seit von der Banke gleich Der ist Risky Ein und aus Ich hab noch vor einer Tetrasen sind bei dem Album Okay Irgendwas Fräck Ist Vorne Das war Der Portrait Neuen Das ist immer noch An der Street Und anfangen wenn Nاحin Über den Säbri kennenzth� Zwei auf was auch bei der karte kommt Bei uns ist ein Bunker, Zepp, glaube ich. Wir haben mich von der Zaun. Brau hat mich noch in der Zaun, nice last vom Charger. Der ist auf der Blatt. Der ist auf der Blatt. Der ist auf der Street. Der ist auf der Street. Von uns beide. Ausgejumpft. Der etwas geht, das ist für Blatt. Brau und Zepp, da ist es gleich mal vorn. Einer in der Wanker. Der hat das auf der Zaun. Der hat das auf der Zaun. Pass auf, 70-80. Meta Daun. 3, 2 vorne. Laht da. Ro gott me in der Zaun. Bis last. Halt zurück. Das geht auch. Polte. unser stich zusammen? einer ist bei der Kache kommt wahrscheinlich in der Fett hoch Fettowse am Banker Weak, extrem Weak am Banker Über euch, über euch, Jungs Esteeimia habe ich Und Bankerstiff One Einer Falle Zwei falle Zwei Luftplug Brauch noch ein bisschen An der Banker, an der Banker und das war unter der falle doch elektrische immer noch damit würde die song ist einer noch in unserer saun einer ist noch einer ist noch mit einer noch nichts gemacht bei dem cape oder einmal läuft alleine hätte ich jetzt zusammen prüfen können das war ziemlich risky das kann wieder allein reingegangen ist also das ging zum lücken noch mal alles gut ja der cable hätte sich noch umdrehen können hätte kann ich wohl dann wäre aber noch mal weg gewesen und das fährt dann vielleicht noch mal ein bisschen interessant geworden egal war trotzdem gespielt cookie achte mal mehr mit deinem da gab es doppel h3 aber nicht eine a und eine h Da rein! Nice, zwei da! So sauer! Charter! 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 Hier, alles! Wollen wir ein bisschen bisschen müde! Alle von der Entse! Drei müssen! Nur nur... nur einer ist kein... Aber eine Left! Eine Left, eine Left! Wohl, die Aber jetzt heißt es nur noch, die Leute im Spawn festmachen! Ja Die Map ist halt so dumm Die Map ist einfach schlecht designed Warte mal, haben wir in der DSP nicht eigentlich gegen die verloren oder hatten wir gewonnen? Verloren, 5-2 Wie? Wie? Ja, weil Darky gab es keine Waffen, ist nicht gut Irgendjemand von euch hat ne Rückkopplung Geht da was machen oder? Und Topmetern teilweise vielleicht Ja, ich werd links gehen Ja genau Ich kann den Missles of Scar überjagen Oh Gott, ja Missles in den Waffen So, ich glaube, was ist das? Dreimal auf die Strecke? Toppy, one auf der Strecke Äh, was? Drenweiß, wie denkst Armour ready Forge, stopp, was ich έhm' Im Armor Geh mal kurz zurück 2-2 A-Rовор We are We are Let's all come 3-2 2-3 2-3 7-2 Es hat left We are ög'me Ellen 2-2 G�, da Move Nein. Hm. Was ist das? Ja. Wir sind auf T-Tick of Power. 2-1. T-Tick. Go. Stepp. 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 Wie auch immer. Plus. Ich push top. 2 im Liff. Eine war uns 2 dabei. Pass auf eine. Ja. Plus. Amor. Hab eine. Ausflug. Ich lenke die von hinten hier. Pass auf Zuckriff. Hebeys aus. Okay. Top mit Zwing. Stop. Leck ist weg. Got one. Nice. Flossen. Flossen. Left L ist einer. Einer bei denen und K. Und einer bei den Stairs. Jan Stairs ist mittig. Floss. 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 ja da ist noch einer die deckt auf die deck ist noch ein komplexer mit dass wir den bubbles in einer sofalle da ist gut lieb ich habe mich die nächsten einer von welcher einer von welcher der lektion noch eine kündig ab hat mir trotzdem gut wir haben aber Ein von mit Und das Spiel sind zwei Habe 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 Heavy ist noch da Heavy ist von Heavy Habe Heavy geht das an Pink Bruno Ja Heavy left von Street Pop meinst Ja Vor Zammeln Heavy did Ich hab keine Ahnung Direkte auswählst du eine noch top left bei dem einer ich versuche gleich ein kill auszuholen mit schaden das ist eine mega weg der members werden alles nice bomben prank lasst es regelt und auch kam es kommt jetzt eigentlich ist der echo besser mittlerweile wie schius grad bereut dass er nicht bei uns im team ist wer geht denn bei den okay das ist man was man stress mit weggen hat das ist ja jetzt nicht hoch was neues aber also ich also heute streiten sich um mädchen einer falle ein bus rausgejumpt ich habe es war es ist also wenn sie durchgehen haben wir nicht die sind die waren zu retten alle vier missen alle vier missen bei denen vorne got one got one Ich kann den Inkjet abcampen Ihr könnt jumpen, ihr könnt hier mitstampen Nein, 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 ich kann die auch noch mal Und da schau keiner, ja ich bin auch okay das war also geht noch das war ja genug lanzen ist ja ihr könnt jetzt haben hier ist tatsächlich ich behalte die wegenden kommt jetzt mal auf die hausen ich habe hier den bambu so ein bisschen unter kontroll ah irgendetwas habe ich left Achtung ich habe mit Power nice ich habe nah ich habe mit dem Power ich habe mit dem Power drei bei denen missen alle left side halt da ist vor ihm left 5 nirg wer mit zielteck top nirg zielteck top nirg zielteck top nirg zielteck zielteck hinter uns zielteck hinter uns zielteck hinter uns zielteck hinter uns zielteck nice watch out team du bist alles ok ich möchte ihn durch pushen so negativ nicht niste ich habe hier den bambu ihr könnt ihr könnt zielteck 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 die könnt ihr mir ja ich wahlgut ich brauche ein bisschen wenn ihr offen haltet kann ich die glänzen mitmachen ich kann offen halten gleich zielteck chase zielteck das ist noch einer das ist noch einer passt auf einer auf der Hafer boah auf der Karte sehr gut Junio ja der dann zielteck 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 mitmachen zielteck auch ab dio nach zielteck seien quMP ber8 schlechter entern hörten die den Das ist Lars, Achtung. Ja, ich helfe ein paar Tents drüber. Pass auf, dass die ja nicht wissen. Beim guten T-Tag on mich. Bei der nennt Garten Wotshot. Die T-Tag down. Inkjet, inkjet, inkjet. Pass auf, da kommt noch einer. Da ist, da kommt noch ein zweiter. Pass auf, der inkjet. Der kommt noch zurück. Achso, wenn der die kleines holen will, dann ist er links. Let's go. Alle auf uns bauen. Die T-Tag down. Kommt noch einer zu dir. Missis. Oben. Hat mich, hat mich, hat mich. Vorsicht von hinten gehen, der wird. Ja, kann ich. Komm noch zurück. Habt ihr mal einen Clamp, um Overtime zu enden? Hier ist ja keine. Nice. Nice. Ey, das ist schön. Ich bin super dafür, dass die Map so kacke ist. Ich liebe die Map für Tent, ne. Die ist so nice zum Puschen. Hast du ja gesehen, wir konnten relativ viel Clampsknein werfen mit Tent und Bubbles. Stimmt, ja. Nice. Wie ist nochmal die Map, die wir ganz am Anfang gespielt haben mit den großen Gang? Hi, Woodhafen. Aber auf Englisch? Ne, Port Mac. Port Mac, ne. Ja, schön, danke. Oh, die haben wir auch mega akkursiv bekommen. Ehren-Brawler ohne Tent. Oh, ganz schön. Sorry, bin da. Oh, er hat sogar ohne mich gekauft. Der muss. Maschinen-Ride, Maschinen-Ride, Brawler-Ride. Set, set. 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 Das ist Brawler. Brawler-Maschinen. 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 Servieren in Scries? Da könnte man popen. Maschinen vor sich. Ok, alle sind versäumt. Fazit, machin. Terminell-Shype. Nice Vstorm. Es ist ganz schön 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 schön. uler ist schon Abend bei uns. vorne replicateочкуlich. Ich glaub nicht das geht nicht an die Letches da schalt irgendwo. Ne, Roller ist und Snipe. Ja, so ab jetzt ON também. Drop tendons los. big sufficient Empfiar pis carries우�́ dann war pro leck das last nichts von dir das wird um zu klopfen und maschinen gab mir gerade nicht so scheiße den der glas und der ist sie dann kann man nur ein gold meister und noch alle noch von mir kommt nicht gleich okay es macht auch wenn wir einmal auch bei den noch eine rolle mit 2 mit wir haben Armmord zwei, was Flushed am Leftwink zwei, leftwink Follower ist auf der SNIPE ist weak Roller ist auf der SNIPE Roller? Maybe leftwink Roller ist auf der SNIPE Oh, was? Voller ist auf der SNIPE Wieso stopt ihr denn nicht? Bro ist auch noch links Roller Garten. Roller. Roller. Roller push. Oh, naustaus. Push forward. Just one. Roller. Ich fände hier alles. Machinen ist noch einmal out. alle alles in der ecke wenn ich alles Ja, was ist hier? Mach back her Ich habe einen Trait Roller, aus dem ich glaube Rollern mit Nice, der letzte Maschine, der letzte Maschine Go bei machine down anna stop right das hat mich an der kopf weiter mit der popper der grab man nicht nicht so schlau ja sehr gut gewesen wenn die mit anderen sind als kann ich weiter kann ich habe es nutzen zumal das und zum anderen wir waren alle dauernd der die konnten sich perfekt auf die kommen fokussieren beziehungsweise halt der rolle hatte ich halt die ganze gewaltig war so schlecht und warte kommt ich püschlechte er nur warm oder tun es weiter gegen wir uns wie dann unseren unseren kraft werden wir mit links irgendwas gibt bei den verbreiten Drone Zone Lukas hinter uns Ja SRC Zapp down Panty Zone Ich Panty Zone Haku hat mich unter Snipe Machine weak Nice team Bei dem der Slowlag Kepp und Zone Machine got me Okay Pass auf Einer von links Ich bin schon entstrahlen Kepp hat A 2 2 4 Ausstieg Sepp Sepp die deck ist noch die deck ist noch verlebt der ding maschine und die deck ist gelandet mit maschinen das right jetzt ist auch die deck hat mich aber auch nicht so macht ihr auf mich und mich weil du last warst die deck ist noch nicht auf die zone ja weil wenn du ja egal egal ich kann nicht reinputschen dort wo er hier ist die kognitive hat nicht vor der baubanker er hat zwei gegen zwei ein und so einer lösung wir sind immer noch da er müsste umgehen ich denke ich denke ich habe alle das weiß dann an ich bin mal so gab mir war es nach 20 hat es auf jeden fall ein so ein so ein so eine weiter und Unzone Weak Ah scheiße Unzone Weak 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 Mach Unchill Unchill Das last Ah ja Hinter der wall T-Tech Mach es richtig Ja, watch mich einfach Watch mich einfach Einmal gleich eine Armour Ach und Bombe Weak, zap down Z-Tech, mach Machina 1 Machina down Ball und dann spit man Happy Z-Tech, mach Ich, ich helfe euch Nice Zip Zip in der endstreet Ich zieh Zip 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 is down Drop Zip Unique 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 Nein. Tschüss. Das war auch fleißig. Der Playstyle von T-Tex war mir gerade krach. Habe ich nicht hinbekommen. Richtig, richtig. Zu oft gestorben. Leere Füttung wäre auch alle. Ich kenne den nicht mehr. Schau mal, das ist so auszuwählen als hier. Split-1. Hotel-Dinger. Mai-Mai. Genau, Mai-Mai. Alles runtergefallen einfach. Ins Wasser. GG, gut gespielt. Ab 1. Ne, nix mal. Ah, ich hasse nicht die Tools. Äh, ich hasse die Maschine. Pass auf, Maschine ist da noch auf dem Zipper. Das ist auf jeden Fall eine Map, die nicht gespielt wird. Das kann ich euch schon sagen. Okay, nice. Das hat keine Mainz-Service. Nein, klar. Zu krass gemächt, lastig soll es auch nicht sein. Gehen wird. Komm, bam. Ich weiß nicht, dass du auch die Maschine hattest. Ich hab's nie sehn. Das sieht super aus. Okay. Ich bin ein bisschen lang geworden. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's gemacht. Bämt uns immer. Machinengarten hier, gern. Pass auf. Machinengarten hier, gern. Ich bin ein wenig lang geworden. Ich bin ein wenig lang geworden. Ich hab's gehört, wo die zuerst. Ich brauch von 3. Hä? Und schau. Hä? Loll, wo kam die denn hier? Was ist das? Ich hab' kein anderes, was ich Call-Own-Salent hör vor. Bei einem Op-Signal. Man kann doch gar keine Call-Owns. Perfey. Dann Lenk-Tichern. Heht's, heht's. Entschuld' uns, heht's. Entschuld' uns. Entschuld' uns. Entschuld' uns. Entschuld' uns. Entschuld' uns. Weit auf das Blatt. Jetzt ist es übrigens, es ist halt wirklich wie Marimai, der Leer, leere spiegel sind hier ist nicht ja auch noch reich ich habe auch nicht geil deshalb sie ja also ich hab die map gemacht da sollen vielleicht mal verlassen nein hauptsache jetzt nicht sterben und mir ist einer alle fiesen da und machine keine mehr für die dsb wird auch nicht werden jetzt auch ja sowieso mein set fest links turnier sehen welche schiff die es geeignet sind und welche nicht wenn ich dann das richtige set auch noch zusammen finden könnte ja gut das ist dann halt so eine andere sache und auf einer normalen map weil bei der map ist ein was deine muss langsam wir sollten sich alle rechts überlegen 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 sie gehen über links ja jetzt spänt schon mal das ist alles kettet schon mal aber das habe ich eine Roller mit Roller mit Roller mit Roller mit Roller mit Fah Wie hab ich denn so gespielt? Zapp ist bei Raymaker Ich kann bei uns vor der Zeit zurück Jack in mit Our stack 2 auf unserem stack 2 auf unserem stack Wie gesagt 2 auf unserem stack Ja Noch was auf dem Roller mit Roller mit Roller mit Hinter dem cover eventuell Versuch mich als Leppet Raymaker Rideslake hat mich Misch ihn mit Misch ihn mit Misch ihn mit Maschine mit Pass auf hinter dir Hintere die Kami hinter dir Rideslake 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 Maschine mit Roller mit Rideslake Ich kann schonmal den Weg nach vorne Rideslake Rideslake Roller Roller Rideslake Sorry Die Ammour hab ich zu Was habt ihr denn jetzt schon wieder gemacht? Roller ist bei uns vorne schon wieder Roller und I'll go Roller und I'll go Das ist hier Immer noch da Ah der ist weak Komm mal ouch Hallo hinter dir Hinter dir Komm Wir können ihn da lassen Hint euch Hint euch Soviel paints Können wir irgendwie painten gegen die? Ja, ich paint hier voll Wir pushen beim Raymaker Die sind bei uns vorne, bei uns pushen Zep und noch raus Zep ist in mid Gehen rechts lang Die gehen über right Nice, da ist noch einer auf der Roller drauf Roller push wahrscheinlich vielleicht zwei wieder rein Top white ist kein Roller push gut auf dead Inkjet ist super weak Ich kann abcaven 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 Wtf Zwei ist ein white stack Zwei ist ein white stack Zwei ist ein white stack Einer white ramp Die liegt da Nice Was hat mich? Zep hinter dir Aber die Doppelzwein aber Zep hier entlipst du All naps zep Roller ist mid Ich bin ein white Ich bin ein white Roller da Roller da Schmeiß Und die Tick Zep ist nur spawned Der Campion Dein float left Zep und me 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 Zep die Tick ich finde heute überhaupt nicht rein das ist ganz schlimm weil momentan somit wie alles was es besser oder ganz der klare machine right kommt auf der reichste ganz ganz viel kann der uns dauernd Maschine hat mich wieder. Roller, white, stack. Maschine ist bei uns vorne. Ich gebe den Armour, roller Flank, white. Bei uns, Achtung. Legereit. Seh, der war amour. Sehlep auf unserem Stack. Still da, still da. Wie T-Tick ist das? Doch. Ich bin bei dem. Ah, Maschine ist weak. Nice, ihr müsst poppen. Zieht durch. Nice. Das war so unverdient. Das war so unverdient. Das war einfach fett unverdient. Stell dir vor, wir machen sowas nicht so mitten im Game. Wir werden so ne krasse Koordination. Stell dir vor, wir hätten jetzt von Anfang an. Ich darf übrigens keine Settler spielen. LOL, was? Nee, das ist ne Lüge, was da steht.